Der russische Präsident Wladimir Putin hat den obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zu einer maßvollen Reaktion auf die Ermordung des politischen Hamas-Führers durch Israel aufgefordert und dem islamischen Land geraten, Angriffe auf israelische Zivilisten zu vermeiden, sagten zwei hochrangige iranische Quellen. Laut den Quellen wurde diese Botschaft am Montag von Sergej Shoigu, einem engen Verbündeten des Kreml-Chefs und ehemaligen russischen Verteidigungsminister, bei Treffen mit hochrangigen iranischen Beamten übermittelt, während die Islamische Republik ihre Reaktion auf die Ermordung von Ismail Haniyeh abwägt. Teheran hat Moskau auch um die Lieferung von Sukhoi Su-35-Kampfflugzeugen aus russischer Produktion gebeten, sagten zwei iranische Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, gegenüber Reuters. In Moskau hat der Kreml bisher nicht auf Anfragen nach Kommentaren reagiert. Die staatliche Nachrichtenagentur RIA berichtete am Dienstag, dass Shoigu während seines Besuchs in Teheran über die Ermordung von Haniyeh gesprochen habe. Die beiden Quellen, die über Einzelheiten informiert sind, gaben keine weiteren Informationen zu den Gesprächen mit Shoigu, der zuvor Verteidigungsminister war, bevor er im Mai zum Sekretär des Sicherheitsrats Russlands wurde. Sie sagten, dass Shoigus Besuch eine der vielen Wege sei, die Moskau nutze, um dem Iran die Notwendigkeit von Zurückhaltung zu vermitteln, während es gleichzeitig die Ermordung von Haniyeh als sehr gefährliches Attentat verurteile, in dem Versuch, einen Krieg im Nahen Osten zu verhindern.